Hallöchen zurück. Gucken, was das hier wird in dieser Runde überhaupt. Wir brauchen wie immer was zu essen, wir brauchen alles. Aber es ist ja auch cool gewesen in der letzten Folge, wie der zum Bieber wurde. Vor allem haben wir immer das in Bieber gespielt. Natürlich ordentlich Locks, so. Ich weiß gar nicht wohin, wir brauchen bald einen Rucksack. Man weiß gar nicht, was man als erstes machen soll. Ja nimm den doch, pack den doch da hin. Wir haben auf jeden Fall ordentlich gewütet hier. Aber war lustig. Seltsam, aber lustig. Dann muss ich die sofort essen. Na gut. Erstmal. Mann, ich würde mal gerne richtig vorankommen. Richtig weit. Platz machen, Platz schaffen. Nein, wollte ich gar nicht. Rollwürfe haben wir hier auch auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Wir haben ja alles eigentlich. Das können wir auch nicht mitnehmen, wir können nix mitnehmen. Dann müssen wir gucken, das ist ein Rucksack. Schnellstens. Ach, hier sind auch noch diese scheiß Frösche und alles. Alles nicht gut hier. Wenn das Feuer ausgeht, geht es glaube ich kaputt. So, jetzt weiß ich wieder nicht, wo es einen Rucksack gibt. Das brauchen wir auf jeden Fall. Honey. Kompass. Backpack. Einen Dings brauchen wir noch. Einen Gras. Aber wir brauchen natürlich noch ein bisschen mehr. Boah. Boah. Boah, wir möchte ich gerne wieder anpflanzen. Boah, wir möchte ich gerne wieder anpflanzen. Kann ich den auch hier nicht quaften? Kann ich nicht. Ja. Ich muss die Sch... Ich muss den scheiß Teich schon sehen. Ja. 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 Das ist eine gute Base hier wird. Jetzt ist das Feuer ausgegangen. Das ist schlecht. Das andere können wir uns nicht leisten, doof. Ein Backpack können wir uns auf jeden Fall leisten. Da kommen die Pilze rein. Eigentlich kommt ja immer Essen rein, da haben wir nur nichts. Da kommt die Scheiße da rein. Da wir ja ganz viele Baumstämme haben, mache ich das mal so. Schönes Arm. Ein bisschen Platz brauchen wir hier. Ich konnte sie auch nur einmal. Oh, die können you hear me? Oh, nie. Lieber aufhören wieder. Wohl nehme ich immer nicht in der Hand, wir stehen ja am Feuer zumindest. Die berate ich mir. Warum packt er sich da nicht zurück? Ja, aber hier so viel Platz ist, ich weiß es nicht. Aber wir brauchen ja auch nur. Mal gucken, warum wir jetzt nur noch umbauen müssen hier. Aber erstmal muss man ja was haben. Und provisorisch. Alles wird immer feucht. Wachsen auch schnell die Bäume. Die. Äh, äh. Wie er rausziehen will. So ein kleiner Rucksack. Seine Haare und sein Bart ist aber größer. Ach ja, wir brauchen ja wieder eine Blitzableitung. Natürlich wieder neue Sachen brauchen wir. Haben wir kein Gras mehr? Das ist schlecht. Der friert trotzdem. Ach nee. Das ist ja scheiße. Oh nee, verwandeln sie sich bald wieder, oder was? Ich weiß es nicht. Das sind zwei Persönlichkeiten. Deswegen sind es gerade mal nette Bifolos hier. Oh nein. Das ist ja zwischendurch mal kalt, oder? Ich hoffe. So, können wir uns dann zur Not noch ein Dings machen? Dings hier. Kommt hier ja mal irgendwas von machen. Dann auch müssen wir auf die Spinnen aufpassen. Ja, hier sind Knochen zum Beispiel. Ach komm, stell dich nicht so an. Was soll denn denn kalt sein? Dieses Gold. Oh nein. Ich kann nicht die kaputt machen hier. Ah. Das habe ich mir gedacht. Schon mal alles ganz gut. Ach so, ein bisschen mehr Dings. Steine wären auch nicht schlecht. Ja, ich komme ich mich noch. So, was wollte ich? Erstmal ein richtiges... Ich bin ein richtiges Feuer. Dann, hör mal. Nee, das noch nicht. Boah. Boah. Setzen wir hier mal ein Zeichen. Äh, das ist mir zu nah. Es muss schon mal ein bisschen umgepflanzt werden. Ach komm, werde ich das überhaupt noch hinkriegen jetzt so schnell alles. Man will immer so viel auf Eimer machen. Das ist vielleicht nicht so gut. Das wollte ich auch noch machen. Du kommst mal da. Nicht zu sehr durchdrehen, Kollege. Was wollte ich? Eine Kiste wollen, ne? Ich weiß gar nicht, was ich da reinpacken soll. Aber naja. Die Bohnenscharts. Und das Nitrat. Das koche ich mir. Rucksack soll eigentlich immer Essen sein, würde ich sagen. Aber das kann da auch. So, das müssen wir nochmal wegpacken irgendwann. Oh, wir müssen was essen. Sollte ich auch mal tun, ne? Ob wir so ein Ding hier bauen, ja. Kann ich das auch eigentlich wegmachen? So, das brauch ich aber nicht. Dann wird das eben zu Dings, zu Wurzeln. So. Das sieht ja schon mal ganz nett aus. Also, dass wir Hunger haben, sieht natürlich nicht nett aus. Das Arsch des Todes. Gibt's hier nicht so viel zu essen? Müsste eigentlich doch. Ah, nee. Hallo? Hallo. Hallo. Ich kann ihn nur noch nicht gebrauchen. Ich kann ihn nur noch nicht gebrauchen. Ich weiß, es ist immer so wenig zu essen hier. Die Büflos müssten sich eigentlich mal wieder mit den Resten antigen. Oder wir müssen uns so mit den Büflos antigen. Oh, nee. Lernst du denn nicht, Junge? Ja. Ja. Da, 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 da. Ich weiß, da. Ne, die scheiße Spinnen. Ich hätte jetzt erstmal die Maulwürfe getötet. Wegen Essen. Ja, der kann das einigermaßen ab hier. Das raue Wetter. Was ist denn hier alles so komisch? Aufgeteilt. Oh ja, merkwürdig, naja. Also dem macht der Regen nicht so viel aus. Das ist schon mal ganz nett. Der muss ordentlich essen, du. So, jetzt sind wir aber mal wieder ein bisschen satt. Zack. Das packen wir hier rein, das packen wir da rein. Flinter war aber ganz schön, wa? Also ich muss nicht, zumindest nicht immer den Regenschirm benutzen. Das ist ganz nett. Das könnte noch was werden. Nur der Anfang ist immer so ein bisschen, ja... Wenn man ein bisschen gespielt hat, dann kommt auch mehr rein. Alles ist ja, ist ja nun mal so. Dann macht es auch hier mehr Spaß. Du siehst, die Ex. Wir brauchen vielleicht gar keine normale Ex mehr, ne? Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich weiß es nicht so... Ich weiß es noch nicht so genau. Achso, wir haben gar kein Dings mehr. Gar keine Schaufel. So. Das können wir noch mal machen. So. Jetzt hat es noch aufgehören zu regnen. Na ja, schon mal fünf Tage knapp überlebt. Wieder gewöhnungsbedürftig, aber das kriegen wir schon noch hin. Ach ja, hier... Östlich von uns ist sogar ein Meer. Okay. Ich hoffe, wir bauen uns wieder mal einiges Schickes hier. Der ist auch nicht mehr so nass und alles. Das ist ganz nett. Blup. Okay. Und war es das für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und so. Don't starve Reign of Giants mit Woody. Bis dahin. Tschüss. 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 Oh pengen памяти concerns coated Mel Negative, markets mit tro image can be rein.